Leute, ganz ehrlich, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich habe viele Vorbereitungen getroffen, das heißt, es können jetzt unmittelbar die Boss-Fights starten. Ich habe zwar gedacht, das würde alles ein bisschen schneller gehen und wir hätten vielleicht dann in der Folge schon die Brutmutter, aber leider müssen wir hergehen und müssen da auch erst ein paar Vorbereitungen machen. Weil heute bringe ich nämlich die Megaterien an den Start, damit die nämlich dann auch bereit sind. So, Leute, deswegen erstmal Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Arxer Island. Schön, dass ihr wieder da seid und es geht jetzt direkt in die Folge. Denn ich habe mal dafür gesorgt, dass ich ein bisschen Material am Start habe. Das heißt, ich werde mir jetzt einen Megaterien-Sattel machen, werde den hochpowern, werde daraus dann wieder ein Blueprint machen und dann brauche ich nämlich insgesamt 20 Sättel. Und ob ich jetzt das Material dafür habe? Keine Ahnung. Oh, das wird auf jeden Fall ein Spaß, Leute. So, das heißt erstmal jetzt hier, Megaterium-Sattel, ganz wichtig, pass mal auf, Megaterium-Sattel. Da ist er, da ist er, Megaterium-Sattel, der wird jetzt einmal hergestellt, ja, dann wird nämlich dann jetzt mit der Upgrade-Station wieder hochgepowert, bis zum geht nicht mehr. So, und ich habe mir gedacht gehabt, ich werde jetzt die Megaterien vorher nur mit dem leveln, was sie zur Verfügung haben. Ich mache mir dafür jetzt keinen Level-Trunk, weil wir wollen ja so ein bisschen Herausforderung haben, ne. So ein kleines bisschen Herausforderung sollte ja schon mit dabei sein. So, pass mal auf, was brauchen wir jetzt? Holy Shit, wir brauchen auf jeden Fall schon mal Fasern. So, Fasern. Äh, nein, so nicht. Das hier, Fasern. So, guck mal, habe ich ganz viele. So. Nehmen wir erstmal 10.000, Dankeschön. So, dann brauchen wir, das war Leder, ne. Leder. Habe ich nämlich auch dafür gesorgt, dass ich ganz viel da habe. Guck mal hier, also hier geht es richtig rund, Leute. So. Machen wir mal 15.000 Transfer, Dankeschön. So, dann brauchen wir noch Metallbaren. Metallbaren habe ich jetzt auch hergestellt. Habe ich ja auch wie ein Bekloppter. Ich habe jetzt gesammelt und habe gemacht und habe getan. Hier, Leute, guckt mal, was ich jetzt hier zusammen habe. Holy Shit. Haha. Oh, so. Okay, warte mal. Ähm, dann nehme ich jetzt mal 5.000. Das sollte für den Anfang reichen. So, wir brauchen ja noch haufenweise Material. So, und dann hier Zement. Zement. Das meiste Zement habe ich tatsächlich jetzt durch Sachen bekommen, die ich zerstört habe. Hahaha. Das war richtig, also die Quinderbox, die ist richtig geil, Leute. So. Nehmen wir auch mal 10.000. Flup. Dankeschön. Ach, Leute. Ihr kriegt das ja alles gar nicht mit, was ich hier noch Offscreen nebenbei mache. So. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier zusammen kriegen. Haha. 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 Okay. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das sieht gut aus. Jawohl. Guck mal. Dann haben wir hier schon mal 204. Dann haben wir schon mal in überragend in 204. So. Jetzt mache ich mir noch mal 20 von denen hier, sofern es hinhaut. Zack. Jo. Das haut hin. Und da kommt der Letzte. Dankeschön. So. Jetzt tun wir den hier rüber. Flup. Dankeschön. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Wahrscheinlich wird das bei dem hier auch wieder so sein. Wahrscheinlich wird das Maximum hier 325 sein. Gehe ich mal von aus jetzt. So. Das wäre aber auch keine schlimme Tragödie, ganz ehrlich gesagt. So. Warte mal. Hier gucken. So. Ich glaube hier. Ja. Maximum. Maximum. Kein Problem. So. Daraus mache ich nämlich jetzt ein Blueprint. Flup. Ähm. Das so. Das so. Das so. Seht ihr? Haha. Läuft's. So. Und dann gehen wir nämlich hier zurück an die Werkbank. Das hier rein. Und dann gucke ich mal, ob ich genügend Material habe für 20 Settel. Holy shit. Ich habe das Material, Leute. Oh. Das wird aber jetzt ein bisschen dauern. So. Meine lieben Leute. Meine Megaterien-Settel sind fertig. Yay. Ich freue mich ganz heftig. Ha. Das ist cool. So. Okay. Das heißt, ich kann jetzt die ganzen Megaterien rausholen. So. Wo habe ich die jetzt gehabt? Hier sind die Farmtiere. Hier sind die Bosstiere. Das heißt, hier habe ich die Megaterien drin. Und zwar würde ich nämlich jetzt vorzugsweise nämlich die Männchen mitnehmen. Weil die Weibchen würde ich mir gerne mal ein bisschen aufsparen. Dann eventuell, wenn ich was nachproduzieren muss. Ne. Dann geht das nämlich schneller. So. Okay. Wie viel habe ich jetzt? Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Okay. Ich muss doch noch ein Weibchen mitnehmen. Haha. So. Das heißt, das Weibchen. Das einzige Weibchen hier in der Runde, das ist jetzt Chef, Leute. Ja. Das einzige Weibchen in der Runde ist Chef. So. Pass mal auf. Jetzt muss ich die mal alle hier hinstellen. Holy moly. So. Das wird jetzt lustig, Leute. Jetzt kommt die Megaterien Parade. So. Die kriegen mich jetzt alle in den Sattel. Ich werde die verfügbaren Level, die sie schon haben, werde ich leveln. Aber ansonsten werde ich da nichts weiter machen, weil die weiteren Level sollen sie durch die Bossfights kriegen. Weil, ähm. Ich könnte natürlich auch wieder den Trank nehmen. Aber erstens mal bin ich jetzt zu faul, die herzustellen. Und zweitens muss ja ein bisschen Herausforderung drin sein. Ne. Ist klar. So. Seht ihr? Ach du Scheiße. Das sind aber viele Megaterien, du. Ach du Scheiße. Holy moly. Auf was habe ich mich da nur eingelassen? Ja, aber Leute. Ganz ehrlich. Wir werden die Brutmutter zerlegen. So. Letzte. Sehr schön. Holy moly. Das war jetzt eine Arbeit, du. Da brauchen sie noch alle den Sattel. Dann sind sie nämlich alle geschützt. Wie viele Level habt ihr denn so durchschnittlich? 23 Level? Ja, damit kann man schon mal arbeiten. Okay. Alles klärchen. So. Weil das Gute ist nämlich, dass sie dann alle ihren Sattel haben. Das werde ich, dann werde ich sie noch mal alle kurz durchleveln. Ja. So. Und dann sollten wir normalerweise keine Schmerzen haben. Dann sollte normalerweise alles wunderbar funktionieren. Dann werde ich es nämlich danach nämlich wieder eintüten. Und dann kann ich es nämlich schon mal an den Bossplatz bringen. Haha. So. Und der letzte. Sehr schön. Okay. Jetzt müssen wir natürlich noch hergehen. Wie gesagt, jetzt kommt das Level. Müssen wir halt mal gucken, wie wir es am besten verteilen. Weil die haben nicht alle gleich vier Level zur Verfügung. Das heißt, ich gehe natürlich jetzt her. Ich würde natürlich schauen, dass da schon mal ein bisschen was auf Leben drauf ist. Ja. So. Dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen was auf Gewicht drauf. Aber nur so ein dezenten bisschen. Weil das Haupt... Die Hauptlevel sollen natürlich auf Damage drauf. Ja. Die sollen natürlich ordentlich auf Damage gelevelt sein. Vielleicht fange ich aber auch lieber mit Damage an. Ja. Damit ich da mal gucken kann. Okay. 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 Warte mal. Dann mache ich jetzt hier den Rest auf Leben drauf. So. Wie gesagt, damit sie ein bisschen was auf Leben drauf haben. So. Und die letzte, glaube ich. Genau. Das ist nämlich die Sie gewesen. So. Eins, zwei, drei, vier. So. Dann hier noch auf Schaden drauf. Ich habe jetzt nur Leben und Schaden gelevelt. Das sollte eigentlich so dann auf jeden Fall erstmal ausreichen. So. Sehr schön. Damit seid ihr vorbereitet. Das ist cool. So. Das bedeutet, ich werde euch jetzt hier erstmal alle wieder eintüten. Und dann kann ich euch nämlich direkt an den Bossplatz bringen. Haha. Wenigstens, das Einsammeln geht schnell. So. Bin dann auch im Überlegen, ob ich denen allen nochmal so eine Healing Potion verpasse. Ups. Ups. Okay. Ich habe jetzt nur die Megaterien dabei. Richtig cool. Okay. Und die kommen nämlich jetzt an den Bossplatz. Und zwar beim grünen Obelisken. Pass mal auf. Hier. Äh. Grüner Obelisk. So. Weil da ist nämlich schon alles für die vorbereitet. Tada. Sehr schön. So. Dann kann ich sie nämlich jetzt alle hier hinstellen. So. Pass mal auf. Ähm. Ist die Healing Box an? Habe ich sie schon angemacht? Ist sie an? Okay. Sie ist an. Okay. Alles klar. Ich kann nämlich hier hochheilen. So. Pass mal auf. Ja. So. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Okay. Okay. Da muss ich auch mal ein bisschen umpacken, ne? Weil wir wollen sie ja alle mit reinnehmen, ne? Wir wollen sie ja alle mit reinnehmen. Das heißt, da fehlen noch welche. Warte mal. Wenn ich jetzt vierzehn stehen habe, dann... Das heißt, sechs Stück fehlen noch. Die müssen natürlich noch dazu gepackt werden, ne? Ist klar. Ist klar. So. Warte. Okay. Die hier müssen noch mit dazu. Okay. Das heißt, das große Umpacken beginnt. So. Da muss ich mich jetzt mal alles hier ein bisschen ordentlich machen. Wir wollen das ja auch nicht original machen, ne? Soll alles original sein. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Megaterrien stehen jetzt alle im Kreis. Es sind alle 20 da. Hö, hö, hö. Läuft. Haha. Ich find's cool. So. Einmal hier raus. Dankeschön. So. Wo waren jetzt die Boxen? Hier waren die Boxen gewesen. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Und zwar haben wir nämlich jetzt hier das noch drin. Okay. Multi-Storage-Box. Was hab ich hier drin? Da hatte ich noch gar nichts drin. Ich glaub, hier wollte ich dann den Loot reinmachen. Ja. So. Okay. Aber vielleicht würde es sich auch an Bieten bieten, hier auch noch eine Storage-Box-Station hinzustellen. Weil ich glaube, es wäre nämlich richtig cool, wenn ich mit den Megaterrien hier rauskomme, dass die eventuell auch gleich leergeräumt werden. Ich glaub, das wäre nice. Ich glaub, ich mach mir noch eine Storage-Box-Station. Die stelle ich mich dann auch hier hin. Und wie gesagt, werden die gleich leergeräumt. Das kommt bestimmt richtig geil. Holy moly. Vielleicht bräuchte ich aber auch noch ein Schutzschild. Ein Schutzschild, damit mir denen dort nichts passiert. Das wäre vielleicht auch noch eine geile Idee. Okay. Warte mal. Ich werde erst mal hergehen. Ich mach mir erst mal die Storage-Box-Station. Aber nicht, dass die dort angegriffen werden. Weil das wäre nämlich dann scheiße. So. Crafting-Boxes. Nee, das war's nicht. Different-Boxes. Das war hier, glaub ich, hier. Ähm. Tech-Schild ist das. Nee, das wollte ich nicht. Hier ist Storage-Box-Station. Die wollte ich haben. Ja. Dankeschön. So. Was war das jetzt hier gewesen? Tech-Force-Schild. Äh. Tech-Force-Field-Box. Can you use Tech-Generator and Element? Can you... Brauch ich erst mal nicht. Will ich auch erst mal nicht. Alles klar. So. Ich mach mir das ganz normale SS-Schild. Ja. Hier. Shield. So. Pass mal auf. Hier. Shield. Das hier ist es. Tech-Shield-Generator. Den will ich haben. So. Pass auf. Dankeschön. Dankeschön. So. Kostet gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Oh. Oh. Ich hab gedacht, der wär teurer. So. Okay. Alles klar. So. Leute. Und dann gehen wir nochmal zurück an den grünen Obelisken. Weil jetzt kann ich mich dort die Box hinstellen. Das heißt, die Megaterien werden nämlich zum einen nämlich leer geräumt. Ja. Das ist cool. Und zum anderen kriegen sie das Schild, damit sie dann safe sind. Aha. Das wird cool. So. Und nochmal hier. Grüner Obelisk. Dankeschön. So. Und dann lüpft die Sache. Dann lüpft die Sache. Sehr schön. Hallöchen. Na, ihr Hübschen. Geht gut. Sehr schön. So. Und zwar hab ich mir gedacht gehabt. Warte mal. Kann ich das hier drinnen platzieren mit dem Textschild? Funktioniert das? Funktioniert das, dass ich das hier... Guck mal. Ach du Scheiße. Ich kann das hier hinstellen, wenn ich wollte. Wenn ich wollte, könnte ich es hier hinstellen. Pass mal auf hier. Flup. Ha. Okay. Okay. Warte mal. Ähm. Schildbarriere aktivieren. Okay. Einmal aktivieren. So. Und dann machen wir sie auf... Ähm. Change. Maximal, oder? Rent Radius. Okay. Wir machen sie hier auf 10. So. Ja. Maximum. Maximum. Holy shit. Guck mal. Meine Megaterien sind jetzt geschützt. Meine Megaterien sind jetzt geschützt. Hier kommt kein böses Tierchen rein. La 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 la. Guck mal hier. Sogar die Boxen sind hier mit dem Radius. Oh. Zum Glück spiele ich hier nicht auf dem Server, Leute. Würde ich das hier auf dem Server machen? Holy shit. Aber dann wäre aber die Kack am Dampfen, Dude. Da würde ich aber sowas von Ärger kriegen von meinen Admins. Okay. Jetzt eigentlich mal hier. Start. Ist Deutschbox Station. So. Start Pull from Dino. Ja. Start Pull from Ground. Und das soll sie machen, weil ich habe hier keine Dedicated Boxen, ne? Deswegen brauchen wir das nicht. So. Und dann natürlich hier noch, warte mal, Radius, Radius, Z-Range auf 12.000. So. Das heißt, alles, was hier drinnen passiert, Leute, ne? Alles, was hier drinnen passiert, das wird von der Box jetzt aufgesammelt. Höhöhöhö. Sehr schön. Okay. Dann habe ich mich jetzt darum auch schon mal gekümmert. Aber was mir jetzt noch zu meinem Glück fehlt, ist natürlich noch eine ordentliche Rüstung. Und das fehlt mir natürlich noch. Ich habe zwar hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich mir gedacht gehabt, ich nehme einfach die Swat-Rüstung mit rein. Ich habe jetzt hier schon drei fertige Elemente. Allerdings fehlt es mir noch für die Handschuhe. Und ich habe noch keinen Brustpanzer, glaube ich. Warte mal. Ich kann mal gucken, was ich hier in Blueprints habe. Blueprints. Ich habe keinen Brustpanzer für die Swat-Rüstung. Das wäre aber jetzt auch nicht schlimm. Das wäre keine Tragödie. Wie gesagt, ich würde auch einfach dann den Brustpanzer dann anlassen, den ich gerade habe. Den aus Leder. Das ist scheißegal. Hauptsache, ich habe ein bisschen Schutz an. Und dann müsste ich halt dann gucken, wie ich dann halt jetzt weiter vorwärts komme. Das wäre halt dann jetzt interessant. Ne. Das wäre jetzt eine interessante Geschichte. Aber zur Not gehe ich auch ohne die Handschuhe rein. Das wäre mir dann auch egal. Weißt du? So richtig schön oberkörpernackig. Ja. Oder für die Hose an. Die Handschuhe an. Die Hose. Die Hose. Warte mal. Die Hose. Der Helm. Die Handschuhe. Und die Schuhe. Oberkörpernackig. Ja. Dann vielleicht kriegt die Brutmutter einen Schreck und fällt um. Ja. Vielleicht ist er ja lärkisch gegen Bullshit. Wer weiß. Ah. Okay. Jetzt muss ich natürlich erstmal warten. Bei mir produziert hier wieder organisches Polymer vor. Und ich weiß nicht. Machen die Schnecken hier momentan eigentlich auch irgendetwas? Ihr macht gar nichts. Ne. Ihr macht da momentan gar nichts. Leute. Ich habe einfach viel zu wenig Schnecken. Ich habe viel zu wenig Schnecken. Tatsächlich. Ne. Weil hier. Ich kriege leider nicht so schnell Polymer nach. Da fehlen mir halt noch ein paar Felder. Ich müsste halt tatsächlich mal das Gewächshaus erweitern. Damit ich tatsächlich noch mehr Felder habe. Die halt organisches Polymer machen. Weil leider produzieren die hier nicht so viel. Ne. Vielleicht sollte ich mal austauschen gegen die Tech-Teile. Uh. Das wäre doch mal eine Idee. Ich würde mal testen. Wir testen das jetzt mal in der Folge. Wie das aussehen würde mit dem Tech-Beet. Ne. Das testen wir jetzt mal. Warte mal. So. Crop. So. Hier. Tech. Flup. Sand. Oh. Ich brauche Sand. Ich brauche Sand. Ich brauche Sand. Na 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 na. Ich brauche Sand. Ich brauche Sand. Na 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 na. Scotched Earth. Ich brauche Sand. Ich brauche Sand. So, und ich brauch's 50 Mal. Zack, zack. Dankeschön. Ja, sorry. Mir hat Sand gefehlt. Ja, ich brauch Sand. Ohne Sand geht's nicht. So, das heißt, jetzt flup. Dankeschön. Läuft. So, pass mal auf. Pass mal auf. So. Wie gesagt, ich will immer noch gucken, weil mit dem Techbeat müsste es theoretischerweise noch schneller gehen. So, warte mal. Rob. Das hier. Das hier. Das hier. Dankeschön. So. Und tatsächlich würde ich dann jetzt hergehen und würde gucken, wo ich das platzieren könnte. So, das... Ja, ich mach mal folgendes. Ich mach jetzt einfach mal folgendes. Geh jetzt mal her. Ich mach jetzt einfach mal hier. Für Polymer mach ich mir mal ein Saatgut. Ja. Ich muss halt dann jetzt mal verschwenden, obwohl ich glaub, ich hätt auch hier draußen ein Saatgut gekriegt. Ich glaub, das wär ja auch hier drin gewesen, ne? Ich guck einfach mal ganz schnell, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, hätt ich ja auch gehabt. Also ich hätt ja auch Saatgut gehabt. Hätt ich mir jetzt nicht herstellen müssen. Aber egal. 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 So. Das heißt, ich werd nämlich jetzt mal hier ein Feld wegnehmen und werd es mal austauschen gegen das Tec-Teil. So, aufheben. Flupp. Dankeschön. So, das nehmen wir mal hier raus. Danke. So, pass mal auf. Und dann setzen wir nämlich jetzt mal das Tec-Teil hier hin. So. Einfach mal zu gucken, ob das eventuell besser funktioniert. So, wir haben 500%. So, das heißt, ich tue jetzt erstmal hier den Dünger wieder rein. So. Okay. Wo ist mein Saatgut? Hab ich das jetzt nicht mitgenommen? Hab ich jetzt die Saat nicht mitgenommen? Ja, leckum mir. Ja, würdest du mich verarschen oder was hier? Dankeschön. So, pass mal auf. Holy moly. So, okay. Zack. Zack. Rein mit. So. Dann wollen wir nochmal gucken. Bepflanzt. So. Mal gucken, wie schnell das geht. Kein Dünger zum Hinzufügen. Ich will ja auch kein Dünger hinzufügen. Hahaha. So. Okay. Und dann wollen wir mal gucken, ob das schneller geht. Ich warte einfach mal ganz kurz und guck mal, wie schnell das hier jetzt geht. Also Leute, ich hab das jetzt hier mal eine Weile beobachtet. Und die Tec-Beete produzieren ungefähr zehnmal so schnell wie die anderen Beete. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier alles nach und nach austauschen. Weil hier hatte ich eben schon 30 Stück drin gehabt. Und hier, wo 30 Stück drin waren, waren hier gerade mal drei, vier Stück drin gewesen. Also wie gesagt, das war ein himmelweiter Unterschied gewesen. Aber ich hab dann auch gesehen, dass sie unterschiedlich geleert werden aus irgendeinem Grund. Aber egal. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich hergehen und würde die Reihe hier mal austauschen gegen andere. Ja. Und wahrscheinlich werde ich dann mal das komplette, ähm, Gewächshaus mal überarbeiten. Das heißt, es werden wahrscheinlich überall dann die Tec-Beete hinkommen. Ich hab nämlich hier schon mal ein bisschen Sand hergestellt tatsächlich. Passt mal auf. So. Und würde mir tatsächlich jetzt nochmal, ähm, dann die Beete machen. Okay, ich hab vergessen zweimal draufzudrücken. Okay, ist nicht schlimm. Müssen wir halt kurz warten. Das heißt, ich bringe das hier schon mal zum Replikator. Und dann machen wir uns nämlich nochmal vier Beete insgesamt. Ja, und dann tausche ich das nämlich aus. Und dann wird das cool. Das wird cool, Leute. Aha. So, okay. Alles klärchen. Dann kann ich nämlich jetzt das Beet in den Grinder reinhauen. Flup. Wie gesagt, dann werden die Beete nämlich jetzt ausgetauscht. Haha. Und dann geht das noch ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. So, wie gesagt, ich will das jetzt erstmal beim organischen Polymer machen. Ja, dass ich das austausche. So, pass mal auf. Flup. Dankeschön. So, dann hab ich das nämlich hier drinne. So, warte mal. Hier. Crop. So. Okay, 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 okay. Alles klar. Probier ich mal vier Stück herzustellen. Flup. Jawoll. Sehr schön. Okay, dann hab ich die schon mal. So. Dann hol ich mir jetzt viermal Saat. Hab ich ja zum Glück alles hier drinne. Ne? Eins, zwei, drei, vier. So, hab ich jetzt viermal. So, und dann hau ich die nämlich da rein. Und dann müsste nämlich die Produktion dadurch nämlich noch etwas schneller werden. Das ist cool. Das ist toll. So, aufheben. Das hier aufheben. Das hier aufheben. Und das hier aufheben. Flup. Läuft. Sehr schön. Okay. Den Dünger, den nehm ich mal schnell an mich. So, den brauch ich nämlich dann gleich wieder. Den hau ich nämlich dann gleich in die Beete wieder rein. So. Tada. Sehr schön. So, pass mal auf. Und jetzt kommen hier die Tech-Böte hin. Die Tech-Böte. So. Müssen ja nicht so schön stehen. Ich meine, die sind kleiner. Ja, die sind etwas kleiner, die Tech-Böte. Und die snappen halt auch nicht an. Die snappen nicht an, Leute. Das ist aber auch keine Tragödie. Das müssen sie auch nicht. Ja. So. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ey. Und eins, zwei, drei. Ja, komm. Ist egal. Wurde jetzt schon befüllt, aber ist egal. Juckt nicht. So. Eins. Zwei. Drei. Ähm. Eins habe ich vergessen. Ach, das ist ganz hinten. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Ja. So. Alles klärchen. So. Und dann müsste das hier eigentlich noch viel, viel schneller funktionieren. Hoho. Okay. Alles klar. Ich komme in wenigen Minuten wieder. So. So. Dann müssten wir jetzt eigentlich mal kontrollieren. Ich würde tatsächlich mal so 15 Minuten warten. Und dann würde ich gucken, was nämlich dann hier drin ist. Das hier. Das wäre nämlich dann auf jeden Fall interessant. So. Das heißt, wir warten einfach ganz kurz. Ja. So. Das haue ich jetzt erstmal hier rein, die Beete. Dankeschön. So. Das lüppt. Okay. So. Okay. Warten wir nochmal kurz gucken, wie viel jetzt gerade drin ist. Und dann, wie gesagt, machen wir nochmal den Vergleich in 15 Minuten. So. Also 690 sind drin. Wir merken uns 690. 690. So. Und dann stelle ich mich jetzt hier oben hin und beobachte die Sache einfach mal. Hoho. So. Leute. 15 Minuten sind vergangen. Ich habe jetzt tatsächlich 15 Minuten gewartet, damit ich vorher, nachher Vergleich machen kann. Bin ich mal gespannt, was jetzt da drin ist. Also wir hatten 690 und jetzt haben wir 936. Also haben wir auf jeden Fall schon mal über 200 dazu bekommen. Man kann so sagen, ungefähr 250 aufgerundet. 250 haben wir jetzt dazu bekommen. Das war vorher viel weniger gewesen. Ja, viel, viel weniger. Das heißt, die Tech-Beta arbeiten richtig gut. Aber tatsächlich ist mir das dann doch noch zu wenig. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann noch hergehen und werde das Gewächshaus weiter ausbauen. Weil noch haben wir Platz, ne? Also da ist noch ein bisschen was machbar. Da sollte noch ein bisschen was möglich sein, ne? Okay. Leute. Wir machen das aber jetzt so. Wir machen dann in der nächsten Folge, machen wir auf jeden Fall den Boss-Fight komplett gegen die Brutmutter. Das bedeutet Gamma, Beta, Alpha. Damit wir die Brutmutter schon mal abhaken können. So, und dann müssen wir halt sehen, dass wir so schnell wie möglich die anderen Tiere beischaffen. Damit wir auch noch die anderen Boss-Fights machen. Und dass wir das Projekt so schnell wie möglich noch vor Ark Survival Ascended, nämlich dann abschließen können. Weil ich möchte nämlich dann mit Ark Survival Ascended, nämlich dann auch nochmal Star Island spielen. Und ich werde dann bei Ark Survival Evolved nämlich dann weitermachen mit Scotched Urals. Das heißt, ich fahre dann hier doppelte Schiene, Leute. Und das wird richtig nice. So, Leute. Aber jetzt seht ihr hier an der Seite nochmal zwei wunderbare Videos plus eine Playlist. Die Verlinkung zu meinem Hauptchannel. Kommt da gerne auch mal vorbei. Dann, wie gesagt, Livestream, Leute. Twitch kommt da auch mal dazu. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall einen traumhaften Tag. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein!